Hallo Jana, meine Frage an dich, wo fängt Fremdgehen überhaupt an? Manche sagen ja erst beim Sex, manche schon deutlich vorher, bei anderen schon, wenn man Pornos anschaut. Was ist da deine Meinung? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Stuff. Mein Name ist Jana Baccio, ich bin Sexualpädagogin und Autorin und ich kläre seit über 13 Jahren über das Thema Sex auf. Wir sind jetzt hier inzwischen schon in der Folge 6 und ich bin immer noch super happy darüber, dass ich endlich eine Möglichkeit habe, um auf all eure Sexfragen und verbreiteten Sexmythen einzugehen. Und das Thema, um das es heute geht, scheint euch wirklich brennend zu interessieren. Es gab nämlich mega viele Fragen dazu und es geht ums Fremdgehen. Ihr habt mir bestimmt 100 Fragen dazu per Instagram geschickt und ganz oft habt ihr gefragt, warum gehen Menschen überhaupt fremd? Sind es eher die Männer oder eher die Frauen, die fremdgehen? Und ist es eigentlich wirklich so schlimm für eine Beziehung, dass man sich unbedingt trennen muss? Wo fängt überhaupt Fremdgehen an? Und ich glaube, das war wirklich mit Abstand die häufigste Frage. Ja, genau diese Fragen werde ich in dieser Folge beantworten. Bleibt unbedingt dran, es wird spannend und ihr werdet bestimmt auch von der ein oder anderen Sache überrascht sein. Bevor wir aber gleich zu euren Fragen kommen, gehe ich jetzt erstmal auf einen weit verbreiteten Mythos ein, rund ums Thema Fremdgehen. Weil ganz oft hört man ja sowas wie, wer betrügt, der kann nicht lieben oder nur Arschlöcher gehen fremd. Wenn diese beiden Mythen stimmen würden, dann würde es einfach extrem viele Arschlöcher auf der Welt geben oder auch so viele Menschen, die einfach nicht lieben können. Und ehrlich gesagt, das glaube ich einfach nicht. Beim Thema Fremdgehen musste ich ja sofort an die Netflix-Doku Ashley Madison denken. Habt ihr die gesehen? Es geht darum, um eine ganz bekannte Fremdgehenplattform. Ich glaube sogar die bekannteste Fremdgehenplattform der Welt. Du konntest dich da wie auf einer Dating-App anmelden mit einem Profil und konntest dann einfach gucken, mit wem möchte ich denn jetzt ganz gerne einen Seitensprung haben. Also es haben sich tatsächlich auch da nur Menschen angemeldet, die in einer festen Beziehung waren. Und vielleicht ein kleiner Spoiler-Alert. Letztendlich wurde diese Plattform gehackt und alle Profile wurden geleakt. Und das hat dann zu sehr vielen gescheitert, weiß ich nicht, aber zumindest beendeten Beziehungen geführt. Und auch zu allerhand Publicity natürlich sowieso. Und ehrlich gesagt auch zu einigen Toten. Es haben sich nämlich daraufhin auch einige Menschen das Leben genommen. Krasse Doku auf jeden Fall. Auch sehr, sehr sehenswert. Viele Frauenprofile waren gefaked. Da steckten dann wirklich Bots dahinter. Und in dem Moment habe ich mir schon gedacht, ach man, wir sind doch irgendwie zum Scheitern verurteilt, unsere Menschheit. Warum sind bloß so viele Männer schlecht? Aber ich glaube, also ich komme ja gleich auch noch zu den Statistiken rund ums Fremdgehen. Und ich glaube einfach, meine Prognose ist, dass Männer schlechter fremdgehen als Frauen. Also dass durchaus genauso viele Frauen fremdgehen wie Männer. Aber dass halt Männer das vielleicht nicht so gut vertuschen. Wir haben es einfach besser drauf, will ich damit sagen. Ich habe nämlich noch eine ganz andere interessante Umfrage aus dem Jahr 2020 gefunden von der Website Elite Partner. Und die haben damals über 5000 Menschen befragt. Und dabei kam raus, dass etwa ein Drittel der Männer und ein Drittel der Frauen bereits einmal fremdgegangen sind. Und hier muss ich jetzt schon zugeben, der Prozentsatz der Frauen war etwas höher als der der Männer. Also das zeigt mal ganz deutlich, dass es nicht nur die Männer sind, die fremdgehen. Es gibt natürlich auch andere Studien, die ganz andere Ergebnisse haben. Aber ich finde, die ist eigentlich schon sehr repräsentativ gewesen, weil einfach so viele Leute befragt wurden. Naja, man sollte sich ja sowieso jetzt nicht an solchen Zahlen zum Thema Fremdgehen aufhalten. Oder man sollte sie vor allem kritisch betrachten. Weil wahrscheinlich wird auch in keiner Umfrage so viel gelogen, wie in einer Umfrage zum Thema Fremdgehen. Das ist einfach noch so schambehaftet und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Eine andere Umfrage von dem Datingportal Seitensprungportale.de zeigt übrigens, je jünger die Menschen sind, desto eher glauben sie an die Treue. Da sind die noch nicht so verdorben. Dieses Portal hat 1000 Personen befragt, die von sich selbst behaupten, noch nie fremdgegangen zu sein. Und hier haben über drei Viertel der jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren angegeben, dass sie das auch nie im Leben tun würden. Jaja, wartet nur ab, würde ich mal sagen. Dieser Wert wird mit dem Alter nämlich immer weniger. Bei den Leuten zwischen 45 und 54 sagen das nur noch weniger als die Hälfte der Menschen. Und ich habe noch gleich einen anderen Fremdgeh-Fakt für euch. Wusstet ihr eigentlich, dass Reichtum und der Bildungsgrad positiv mit Fremdgehen korrelieren? Also das bedeutet, reiche und gebildete Menschen gehen häufiger fremd als Menschen mit weniger finanziellen Hintergrund und auch mit weniger Bildung. Forschende vermuten, dass es daran liegt, dass reiche Menschen deutlich mehr Gelegenheiten dazu haben, weil sie zum Beispiel häufiger für den Job unterwegs sind. Ein anderer Mythos, den hatte ich eben schon angedeutet, ist ja der, dass fremdgehende Menschen nicht richtig lieben können und dass ein Seitensprung immer das Ende einer Beziehung bedeutet. Das Vertrauen ist danach einfach komplett weg und das kann man auch nie wieder aufbauen. So heißt es zumindest. Und wenn man jetzt mal auf die Scheidungsrate guckt, dann könnte das sogar stimmen. Weil Fremdgehen wird als der allerhäufigste Grund für eine Scheidung angegeben. Trotzdem trennt sich nur knapp jede fünfte Beziehung nach einem Seitensprung wirklich. Entweder weil der Partner oder die Partnerin verzeiht oder auch, weil er oder sie es nicht erfährt. Knapp die Hälfte der Affären wird nämlich noch nicht mal kommuniziert. Zu dem ganzen Thema, was eigentlich Fremdgehen für eine Beziehung bedeutet, hat auch die sehr bekannte belgische Psychotherapeutin Esther Perel ein Buch geschrieben. Es heißt, Was Liebe aushält und Treue überdenken. Sehr, sehr lesenswert, unbedingte Empfehlung. Ich würde euch am liebsten jetzt hier so viel aus diesem Buch zitieren, aber das geht natürlich nicht, weil dieser Podcast irgendwann auch ein Ende finden darf. Ja, aber das kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch mehr mit der Materie beschäftigen wollt. Esther Perel teilt darin ihr Wissen über ihre jahrzehntelange Erfahrung als Paartherapeutin. Und sie beschreibt halt auch, wie so eine Erfahrung des Fremdgehens viele Beziehungen beenden kann, aber es auch nicht muss. Sie beschreibt darin, wie eine Erfahrung des Fremdgehens viele Beziehungen beendet. Andere beendet es nicht und es bleibt trotzdem immer so was wie ein Schatten oder eine Unsicherheit und danach ist nichts mehr so wie vorher. Aber sie sagt halt auch und damit beschreibt sie so eine dritte Kategorie von Paaren, dass es also etwas sein kann, was Paaren sogar helfen kann. Das klingt jetzt vielleicht erst mal total paradox, aber so eine Affäre kann auch wie so ein Wachrütteln sein. Darauf werde ich später auch noch genauer eingehen. So ein Seitensprung muss also nicht das Ende einer Beziehung bedeuten. Damit wäre dieser Mythos auf jeden Fall widerlegt, weil sie hat ganz, ganz viele Paare auch begleitet, für die das wirklich ein totaler Zugewinn auch war für die Beziehung. Ich möchte natürlich jetzt nicht vorweggreifen, deswegen kommen jetzt erst mal eure Fragen und wir fangen mit der ersten Frage an und die kommt von Sven. Hallo Jana, meine Frage an dich, wo fängt Fremdgehen überhaupt an? Manche sagen ja erst beim Sex, manche schon deutlich vorher, bei anderen schon, wenn man Pornos anschaut. Was ist da deine Meinung? Also meine persönliche Meinung, die tut natürlich hier gar nichts zur Sache. Ich habe deswegen mal direkt gegoogelt nach einer allgemeingültigen Definition von Fremdgehen beziehungsweise Untreue und folgendes habe ich gefunden. Untreue ist eine Verletzung der emotionalen und oder sexuellen Exklusivität eines Paares, die häufig zu Wutgefühlen, sexueller Eifersucht und Rivalität führt. Was Untreue darstellt, hängt aber von den Erwartungen innerhalb der Beziehung ab. Also es ist einfach in vielen Beziehungen so, dass Annahmen getroffen werden und in vielen ehelichen Beziehungen wird allgemein eher von Exklusivität beziehungsweise von Monogamie ausgegangen. Und was ich jetzt hier auf Wikipedia gefunden habe, zeigt aber trotzdem schon mal ganz gut, es hängt von den Erwartungen innerhalb der Beziehung ab. Es ist also eine individuelle Frage beziehungsweise es kommt darauf an und zwar auf die Erwartungen und Vorstellungen der Menschen, die eine Beziehung zueinander führen. Wie ist das denn bei euch? Gibt es konkrete Erwartungen innerhalb eurer Beziehung? Habt ihr Absprachen getroffen und definiert, was erlaubt ist und was nicht? Weil dann wäre es ja viel einfacher zu sagen, fremdgehen beginnt eben genau dann, wenn diese Absprachen verletzt wurden. Aber was, wenn eigentlich gar keine Absprachen getroffen wurden? Wenn man sich einfach nur stillschweigend geeinigt hat in der Hoffnung, die andere Person meint doch jetzt sicher bestimmt genau das Gleiche, was ich auch denke, oder? Ist es dann eigentlich fremdgehen? Muss ich es eigentlich sagen? Was macht man denn eigentlich, wenn solche Absprachen verletzt wurden? Worauf ich hinaus möchte, ist, dass viele Beziehungen nicht definiert wurden und dass Menschen miteinander zusammenkommen und gar nicht großartig sagen, was sie sich eigentlich von dieser Beziehung wünschen. Also ich mache einfach die Erfahrung, dass viele enttäuscht sind, weil sie eben vorher was gedacht haben von der anderen Person oder von dieser Beziehung. Das ist dann nicht eingetroffen. Dann frage ich halt so, okay, habt ihr denn da vorher drüber gesprochen? Ja, nee. Ja, okay, das würde halt helfen. Also das ist auch halt die ganze Kommunikation über Sex. Da würde es ja auch total helfen, wenn wir uns schon vorher eigentlich sagen, was wir erwarten, was wir für eine Art von Sex haben wollen. Das kann ja auch total tagesformabhängig sein. Und damit, man spricht ja dann von so einer Erwartungshaltung, kann die auch erst erfüllt werden, wenn wir die vorher mal ausgesprochen haben. Viele unterscheiden dann beim Thema Untreue auch noch nach körperlichem Fremdgehen. Also wenn der Partner oder die Partnerin zum Beispiel mit einer anderen Person Sex hatte und emotionales Fremdgehen. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn jemand in einer Beziehung zu einer anderen Person eine tiefgründige emotionale Bindung aufbaut oder sich auch verliebt. Eine Studie aus Toronto hat gezeigt, dass heterosexuelle Männer besonders stark auf körperliches Fremdgehen reagieren, während es bei Frauen genau umgekehrt ist. Also für die ist emotionales Fremdgehen viel, viel schlimmer. Und das könnte jetzt tatsächlich etwas mit der Evolution zu tun haben. Also Männern könnte es einfach wichtiger sein, dafür zu sorgen, dass die Kinder ihrer Frau wirklich von ihnen sind. Und Frauen könnte es wichtiger sein, dass der Mann wirklich für sie und die Familie da ist. Übrigens, auch in einer offenen Beziehung kann Untreue ein Thema sein. Hier sind zwar oft die Absprachen klarer definiert, dann ist zum Beispiel Sex mit einer anderen Person erlaubt, Verlieben beziehungsweise eine emotionale Verbindung eingehen eher nicht. Und das ist wiederum dann zum Beispiel in polyamoren Beziehungen erlaubt. Und hier kann es dann verschiedene Beziehungsmenschen geben. Und trotzdem kann es auch in solchen Konstellationen zu Untreue kommen. Ihr seht also schon, wann Fremdgehen beginnt, kann man im Grunde nur individuell und subjektiv beantworten. Wichtig wäre es, dass ihr gemeinsam eine Definition für eure Beziehung findet und Absprachen trefft. Das kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändern, genauso wie sich auch Menschen verändern können. Und ich persönlich fände es ja total großartig, wenn wir weniger die Bibel mit Sprüchen wie, und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben zu gelangen, als mit zwei Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Also es wäre doch wohl besser, wenn wir nicht solche Sprüche walten lassen und im Hinterkopf behalten, als viel, viel eher unsere eigenen Gedanken und Gefühle bezüglich Beziehungen sprechen lassen. Ach, das ist doch mal eine wundervolle Überleitung für die nächste Frage. Und diese Frage kommt von Anna. Hey Janna, ich bin 28, seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen und auch sehr glücklich. Ich bin ihm noch nie fremdgegangen und möchte das auch nicht. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich den Gedanken daran manchmal anziehend finde. Ich finde auch Filme oder auch Pornos, in denen das Thema fremdgehen oder so Beziehungen, die nicht sein sollten, thematisiert werden, spannend. Und dann kommt es sogar manchmal vor, dass ich mir, während ich mit meinem Freund schlafe, vorstelle, es wäre jemand Fremdes. Das macht es dann viel spannender für mich und dann bekomme ich in dem Moment auch nochmal mehr Lust. Ich weiß auch nicht, wie er das aufnehmen würde. Ich denke jetzt nicht, dass er es toll fände. Deswegen meine zweite Frage an dich. Sind solche Gedanken auch beim Sex okay? Und findest du, ich muss ihm das erzählen? Oder darf das auch mein Geheimnis bleiben, wenn es in dem Moment meiner Lust hilft und ich das auch nie in echt tun würde? Vielen lieben Dank, liebe Anna, für deine Frage, die auch total ausführlich ist, was ich großartig immer finde. Ja, sexuelle Fantasien kennen wir wahrscheinlich alle. Die sind einfach super, um die Erregung zu steigern, aber sie sind halt leider auch oft total schambehaftet und gehören zu den bestgehütetsten Geheimnissen überhaupt. Wir denken darüber oft total ambivalent. Also wir sind irgendwie hier so, was uns am stärksten erregt, passt dann gar nicht zu unseren eigenen Werten. Und jetzt sage ich euch mal einen Satz, den wir uns alle hinter die Ohren schreiben können. Sexuelle Fantasien sind nicht rational und sie bedeuten nicht automatisch, dass wir sie in der Realität umsetzen wollen. Bei dir, liebe Anna, kommt der Wert monogamer, sexueller Erfüllung in Konflikt mit der erregenden Vorstellung, Sex mit einem anderen Mann zu haben. Und das geht übrigens ganz, ganz vielen so. Und das weiß ich jetzt nicht, ob dich das beruhigt. In einer Studie mit dem Titel Was genau ist eine ungewöhnliche sexuelle Fantasie gab die Mehrzahl der Befragten an, viele verschiedene Fantasien zu hegen, darunter auch eine ganze Reihe politisch inkorrekter Plotz. Mehr als 60 Prozent der befragten Frauen und über 80 Prozent der Männer gaben an, dass sie Fantasien von Sex mit anderen Menschen als dem Partner haben. Fantasien sind nicht automatisch Wünsche, habe ich ja schon gesagt. Es bedeutet nicht, dass wir das in der Realität erleben wollen. Gerade weil sie ja reine Vorstellungen sind, können wir uns darin mühelos hineinsteigern, was wir in der Realität nicht könnten und vielleicht auch gar nicht wollen. Zum Beispiel, weil wir die ganzen Risiken drumherum scheuen. Vielleicht magst du jetzt an der Stelle mal genauer hinsehen, Anna, und dich fragen, was gibt mir diese Fantasie eigentlich mit einem anderen Mann genau? Was ist das speziell Anziehende daran für mich? Es könnte ja sein, dass du dir in der Fantasie eine Welt schaffst, die einfach ureigene Bedürfnisse stillt. Zum Beispiel als Frau zu erobern oder als Frau begehrt zu werden oder frei von Verantwortung zu sein. Das sind jetzt nur Ideen. Oder auch etwas ganz anderes. Zum Beispiel ein Ort, an dem du erleben kannst, was du dir vielleicht im echten Leben nicht gestattest und wahrscheinlich nicht einmal brauchst. Könnte alles sein. Du kannst ja mal für dich jetzt spüren, was mit dir in Resonanz geht. Vielleicht zeigen sich auch doch einige Wünsche in deiner Fantasie, bei denen es sich auch lohnt, genauer hinzusehen und sich ernsthaft zu fragen, Hand aufs Herz, vermisse ich etwas Wesentliches in meiner Beziehung? Wonach sehne ich mich eigentlich? Nach drei Jahren Beziehung ist diese Frage vielleicht nicht angstfrei zu stellen, aber durchaus auch mal angebracht. Nehmen wir mal an, du würdest merken, dass du keinen realen Wunsch nach einem anderen Partner hättest, dass dir diese Fantasien aber viel geben und bedeuten. Tja, was spricht denn dann eigentlich dagegen, sie einfach zu genießen? Was genau ist denn eigentlich bedroht, dadurch, dass du eine eigene erotische Welt hast, die dein Freund noch nicht kennt? Ich halte ja die Erwartungen und die Anforderungen, die wir oft an eine Langzeitbeziehung stellen, für so unrealistisch und für so überhöht, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, das alles in einer Langzeitbeziehung erfüllt zu bekommen. Wir wollen alles füreinander sein. Wir wollen uns alles geben. Wir wollen alles miteinander teilen und und und. Also ich glaube, das ist manchmal eher destruktiv, als dass uns das hilft. Ich sehe eher Menschen, die sich zunehmend dabei selbst verlieren. Und wenn wir keinerlei Privaträume mehr voreinander haben, wer sind wir denn dann eigentlich füreinander? Erotische Wesen wahrscheinlich eher nicht. Und das kann ein totaler Zugewinn sein, wenn du dich jetzt entschließt, einfach mal dich auch deinen ambivalenten Fantasien hinzugeben und die zu genießen und dabei dann auch mehr über deine eigene Erotik zu erfahren. Ich glaube nämlich, da kann wirklich so ein Gewinn für dich drinstecken, dass du auch mehr Selbstachtung gewinnst, mehr Selbstbewusstsein. Du lernst dich ja dadurch mehr kennen. Und das kann sich natürlich auch nur gut auf eine Paarbeziehung auswirken, oder? Und es kann auch voll gut sein, dass du diese Fantasien ja auch mit deinem Freund teilen möchtest. Kannst du dich ja mal selber fragen, ob das für dich vorstellbar ist und dass du vielleicht auch erfahren möchtest, welche Fantasien dein Freund so hat. Vielleicht gewinnt eure Beziehung auch dadurch, indem ihr euch gegenseitig von euren Fantasien erzählt. Ich finde zwar trotzdem, dass man sich jetzt nicht alles erzählen muss, aber der Sex lässt sich dadurch auch eindeutig beflügeln. Weil eventuell erregt es dich ja auch, wenn du erfährst, was dein Partner so fantasiert. Also Anna, würdest du dich trauen, das Gespräch darüber zu eröffnen und ihn danach zu fragen? Aus meiner Sicht als Sexualbereiterin ist es total okay, einfach diese Fantasien für sich zu haben. Wenn du dich natürlich jetzt jedes Mal beim Sex sozusagen wegbeamst mit deiner Fantasie und ganz woanders bist und immer mit irgendeinem imaginären Typen bummst, dann würde ich mich natürlich auch fragen, okay, was gibt dir überhaupt noch diese Beziehung? Warum bist du überhaupt mit deinem Partner zusammen? Macht dir wirklich der Sex, den du mit diesem Menschen hast, noch Spaß? Oder stellt die Fantasie vielleicht eine Art Flucht dar? Und dann wäre es spätestens mal Anlass dafür, mit deinem Partner auch zu sprechen und etwas am gemeinsamen Sex zu verändern oder auch innerhalb der Beziehung zu verändern. Aber wenn du einfach nur den Spaß an der Fantasie hast und die so genießen kannst, dann würde ich doch einfach sagen, go for it! Wir kommen damit zur nächsten Frage und die Frage kommt von Nico. Und weil wir dieses Mal nämlich über 100 Fragen bekommen haben, habe ich ja auch beschlossen, heute drei Fragen in den Podcast reinzunehmen. Nico, schieß los. Hey Jana, ich bin der Nico, 38 Jahre alt. Ich bin mit meiner Frau seit 15 Jahren zusammen und seit acht Jahren verheiratet. Wir sind gerade in einer Beziehungskrise, weil sie mir vor etwa einem Monat gebeichtet hat, dass sie mir fremdgegangen ist. Sie war für die Arbeit eine Woche mit der Firma auf Workshop in einer anderen Stadt. Da wurde auch dann viel gefeiert und an einem Abend hat sie dann mehr getrunken und ist mit einem Arbeitskollegen im Bett gelandet. Sie hat es mir sofort erzählt, als sie zurückgekommen ist, hat geweint und auch gemeint, dass sie das noch nie gemacht hat. Sie meinte aber auch, dass sie das niemals nüchtern gemacht hätte und selbst nicht so ganz versteht, wie das passieren konnte. Wir waren eigentlich sehr glücklich, hatten immer eine offene, vertrauensvolle Beziehung. Ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, wenn sie mal zu Freunden gegangen ist oder mit Kollegen auf Geschäftsreise war. Seit das passiert ist, merke ich, dass mein Vertrauen komplett erschüttert ist. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich liebe sie sehr und kann mir eigentlich kein Leben ohne sie vorstellen. Ich bin mir eigentlich auch sicher, dass sie mich liebt. Trotzdem weiß ich nicht, ob wir das überwinden können. Wir haben das auch noch niemandem in unserem Umfeld erzählt. Ich denke, wenn ich das meinen Freunden erzählen würde, würden sie alle sagen, dass ich sofort mit ihr Schluss machen soll und schwach bin, wenn ich ihr verzeihe. Hast du da einen Tipp, wie ich damit umgehen kann oder wie wir unsere Beziehung vielleicht retten können? Oder würdest du auch sagen, dass ich jetzt unbedingt Schluss machen muss? Das würde ja auch eine Scheidung bedeuten. Hey Nico, vielen, vielen Dank für deine Frage und auch für deine Offenheit und dein Vertrauen. Wirklich, das bedeutet mir total viel. Also mir tut es wirklich total leid, dass du diese Erfahrung erlebt hast und dass du diese Verletzung auch erlebt hast. Ich verstehe natürlich total, dass du zurzeit unsicher bist und auch, dass du dir Gedanken machst, ob das wohl wieder passieren könnte und dass du im Moment dieses Gefühl hast, jetzt deiner Frau nicht mehr so richtig vertrauen zu können. Vielleicht hast du sogar schon in deinem Kopf eine Pro- und eine Kontraliste erstellt. Ich kann dir ja mal kurz dabei helfen, was vielleicht alles auf der Pro-Liste steht. Also, deine Frau hat es dir am nächsten Tag direkt erzählt. Es ist das erste Mal passiert und sie fühlt sich schlecht deswegen. Ja, ja. Und auch wenn jetzt Alkohol keine Ausrede ist, so muss man ja schon sagen, das ist ganz schön die Grenze, der Moral herabsetzt und Menschen eher dazu verleitet, Dinge zu tun, die sie im nüchternen Zustand nicht machen würden. Hat deine Frau ja auch gesagt. Und klar, auf der Kontraliste steht auf jeden Fall der Vertrauensmissbrauch. Nee, Quatsch jetzt mit der Liste. Also wirklich Liste hin oder her. Weil das Ding ist halt, so ein Fremdgehen lässt sich einfach nicht so rational mit dem Kopf lösen. Und da helfen ehrlich gesagt auch solche Listen nicht unbedingt. Fest steht auf jeden Fall, dass wir auch trotz bestehender Beziehung andere Menschen natürlich attraktiv finden können. Und ganz ehrlich, ich hatte es eben schon mal gesagt, je mehr Gelegenheiten es gibt, deine Frau war jetzt auf Geschäftsreise, desto höher ist tatsächlich das Potenzial, dass eine Person dabei ist, die wir anziehend finden und dass dann auch so ein Vertrauensmissbrauch begangen wird, was natürlich jetzt auch nicht im Umkehrschluss bedeutet, wir sollten jetzt alle Menschen einsperren, damit sowas nicht mehr passiert. Es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit. Und es gibt noch eine andere interessante Rechnung, die mal aufgemacht wurde, nämlich Anziehung plus Hindernis gleich Erregung. Das können wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Anziehung plus Hindernis gleich Erregung. Und deswegen passieren auch solche Dinge, weil natürlich auch der Sex mit einer anderen Person immer irgendwie aufregender ist als in einer Langzeitbeziehung. Also nein, nicht immer aufregender ist, aber zumindest erst mal aufregender erscheint. Weil wenn man dann häufig noch die Menschen befragt, die gerade fremdgegangen sind, na, wie war der Sex eigentlich so? Dann würden die nicht unbedingt sagen, wow, okay, das war jetzt das Ultimative, sondern den besten Sex haben trotzdem immer noch die Menschen in Langzeitbeziehungen. Aber es ist zumindest das erst mal, was man so auf den ersten Blick denkt, wenn man eine andere fremde Person sieht. Und das sind ja auch dann häufig diese Fantasien, von denen wir schon gesprochen haben, dass das eben diesen Reiz ausmacht, dieses Fremde. Und das macht dann letztendlich auch die Erregung aus. Ja, Nico, ich weiß nicht, ob du das schon merkst, aber es ist halt vor allem für Außenstehende voll schwer zu beurteilen so, trennt euch oder bleibt unbedingt zusammen. Also auch, weil du gesagt hast, wenn du das deinen Freunden jetzt erzählen würdest, dann würden die dir raten, dass ihr auf jeden Fall Schluss machen sollt. Ich weiß es nicht. Und vor allem sind das dann gute Ratgebende für dich? Also auch ich, was ich jetzt sage, das muss jetzt bei dir vielleicht auch nicht unbedingt die Reaktion hervorrufen. Ja, stimmt. Jana hat recht, sondern bestenfalls, okay, ich denke mal drüber nach. Und genauso, wie auch Esther Perel schon gesagt hat, dass das für euch eine Chance sein kann. Ich meine, ihr seid 15 Jahre zusammen. Du sagst, ihr habt eine vertrauensvolle Beziehung zueinander. Ehrlich gesagt, ich in meiner Position, auch als Sexualberaterin, ich würde das nicht wegwerfen wollen, sondern ich würde das als Anlass nehmen für Wachstum. Es ist natürlich für dich ein Vertrauensmissbrauch gewesen, aber ich würde es jetzt nicht als den Betrug von deiner Frau sehen, sondern es ist eine gemeinsame Beziehungskrise, so wie du es ja auch anfangs gesagt hast. Ihr steckt momentan in einer Beziehungskrise und genau das ist das. Aber nehmt das doch auch als Chance. Das sind jetzt meine Gedanken. Dann brauchst du aber auch nicht die ganze Zeit so denken, du gegen deine Frau und sie muss das jetzt irgendwie wieder gut machen und sie steht jetzt ständig in deiner Schuld. Das ist auch schwierig, finde ich, so ein Gefälle. Sondern habt besser einen Gemeinschaftsgedanken. Ihr beide arbeitet jetzt an eurer Beziehung. Die Beziehung wurde gerade erschüttert. Ja, das ist passiert. Aber sowas kann auch, weißt du, Krisen machen Menschen und machen Umstände stärker. Und da dürft ihr jetzt beide damit umgehen und durchgehen. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr in ein paar Jahren zurückblickt, auf diese Krise werdet ihr sagen, und da kriege ich gerade eine Gänsehaut, das hat uns stärker zusammengeschweißt. Und das war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es schmerzhaft war, war es total gut für uns. Sprich also mit deiner Frau respektvoll darüber, wie ihr eure Beziehung gestalten wollt. Schaut nach vorne, sprecht über Dinge, von denen ihr mehr in der Beziehung haben wollt. Zum Beispiel solche Sachen wie Wertschätzung, neue Wege in der Sexualität, gute Kommunikation und, und, und. Und ich hoffe, dass dir diese paar Inspirationsmöglichkeiten schon geholfen haben, dass du da ein bisschen positiver vielleicht drauf blicken kannst. Weil was ich aus deiner Nachricht auf jeden Fall gehört habe, ist ja, dass du verletzt bist und dass du wirklich gerade unsicher bist, wie es weitergehen kann. Und das ist eben eine, finde ich, sehr positive Perspektive, die dir jetzt in der Situation vielleicht helfen kann. Und damit, meine Lieben, hoffe ich, dass ihr alle etwas aus dieser Folge mitnehmen konntet. Ich finde, das war ein wahnsinnig spannendes Thema, zu dem wir ganz bestimmt noch mehr machen werden, weil ich auch einfach gemerkt habe, es gibt da super viel Bedarf, es gibt super viele Fragen dazu. Ja, vielleicht arbeitet das jetzt in uns allen noch ein wenig. Ich habe auf jeden Fall mehrmals in dieser Folge eine Gänsehaut bekommen. Ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin eure Fragen stellt, wenn ihr mir weiterhin eure Sprachnachrichten schickt. Ich, wie gesagt, ich höre mir jede einzelne an. Und wenn ihr nicht wollt, dass diese Sprachnachrichten benutzt werden, dann vertonen wir das auch gerne nach. Schreibt das einfach dazu. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine superschöne Zeit natürlich und freue mich, aber fast hätte ich es vergessen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr mir doch mal gleich eine Bewertung dalassen. Das ist mir natürlich jetzt vor allem am Anfang, wo dieser Podcast noch so blütenfrisch ist, total wichtig. Ansonsten, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann aktiviert auch diese wunderschöne Glocke neben dem Abonnieren-Button. Und keine Angst, wenn ihr da irgendwas abonniert, ihr müsst natürlich nichts zahlen. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch auf allen anderen Plattformen hören, wie Apple, Amazon Music oder Podimo. Ich fand es einfach total schön, dass ihr heute alle dabei wart, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Eure Jana. Eure Jana. Eure Jana. Eure Jana. Eure Jana. Eure Jana.